Glauben die Leute einmal an dich. Ich schaffe es nächstes Mal, nächstes Mal. Okay. Hey, du Pelzknoll. Löse mein Rätsel. Und du gewinnst einen Preis. Okay, Chat. An die Leute, die das Spiel nicht kennen. Was glaubt ihr ist das Rätsel? Was glaubt ihr ist das Rätsel? What are we supposed to do here? Da steht Uhrensohn. Ja, wir buchstabieren einfach Uhrensohn. Die besonders smarten Jungs unter euch. Und Jungsmädchen natürlich auch. Haben gesehen, dass Banjo-Kazooie an der Wand steht. Ich bin stolz auf euch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir brauchen ein M. Hier. Jetzt ein G. Das ist ein G. Das ist der Buchstabe G. Banjo? K, 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 K. Hier ist ein K. K, 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 K. So. I, 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 I. E, 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 E. E, E, E. Hui. Hier im Gitter wartet der Preis. Doch zunächst werde ich dich zurechtstürzen. Das sehen wir doch mal. So, ein Reim Ich brauche einen Reim Wir haben die Krabbe massakriert Und uns nicht geniert Ja, ja Einzige andersfarbige Krabbe gekillt Ich glaube, es war so eine selten exotische Art Jetzt haben wir die Tierart komplett ausgerottet Oh, wait! I remember something! I remember Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Pass it, pass it, pass it Hört auf mich zu question marken! Stop it! Stop! Hört auf mich zu question marken! Ich glaub, ich glaube, es war noch zu früh. Ich hab mich nicht verschrieben. Ich hab mich nicht verschrieben. Ich hab mich nicht verschrieben. Ich glaube, es ist noch zu früh. Ich denke, es ist noch zu früh. Okay, es ist noch zu früh, denke ich. Yeah, yeah, yeah. Kann ich dich? Okay, wait, 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 wait. Oh, süß. Nein, nein, nein. Wow! Na, was ist da unten? Puzzleteil! Okay, okay, ich muss mir einen Reim aussuchen. Ähm, Reim, ein Reim. Wir tauchten bis zum Meeresgrund und wurden etwas nass. Na und? Kennst du das Spiel Krok? Nein, aber ich kenn die Schuhe. Es gibt zwei Arten von Leuten, die Kroks tragen. Entweder sie gucken RTL oder sie spielen bei RTL mit. Und das sind die zwei Rassen. Das sind die zwei Rassen. Das sind die zwei Rassen. Die zwei Rassen von Krok-Menschen. Oh! Okay, 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 okay. Ich glaube, ich hab noch nie versucht, das Spiel ab 100% zu spielen. Oh, da hinten ist ein Schädel. Wir haben ein Versteck entdeckt. Scheiße, da war ja mein Reim. Wir haben ein Versteck entdeckt und sind noch nicht daran verrückt. Ja! I remember! Jetzt remember ich das mit der Sandburg. Oh, I remember. Wieso kann ich ihn nicht ankacken? Ich kann bocken. Okay, Chat. Gibt es hier Leute, und ich möchte, dass ihr ehrlich seid. Gibt es hier Menschen, die Socken in Sandalen tragen? Ich möchte, dass ihr ganz ehrlich seid. Ihr werdet nur gebannt. Das ist okay. Das ist okay. Was? Wieso sind das so viele von euch? Ihr kleinen Ekelhaften. Jo, warum? Wow. Oh, wir brauchen nur noch 8 Noten, dann haben wir ja alles. Wie viele, wie viele Dinger haben wir? Wie viele, ähm... Ähm... Acht. Wir brauchen noch zwei. Und eine Honigwabe. Okay, kriegen wir hin. Da ist der letzte Jinso! Gott, ich hasse. Da ist es hier. Oh, hier ist ein Schalter. Was macht der? Was macht der? Was macht der? Oh! Okay, geil, geil, geil. Ich hab tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus! Na! 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 Da ist ein kleines Ding vor mir. Aber müsste hier nicht irgendwo was. Ich denke, ich erinnere etwas. Okay, okay, das war nicht meine Intention. AHHHHH! Das war nicht meine Intention. Ich war nicht wirklich über das Ding. Das war einfach wow. Okay, das war pure Glück. Ich wollte etwas anderes suchen. Ich glaube, es war etwas wie ein Island. Es war irgendwo ein Island. Ich glaube. Ein kleiner Island. Ich bin nicht sicher. Es sollte irgendwo sein. Aber dann haben wir das Leber auf 100%. Ich find's nicht. Ich dachte, hier war irgendwo ein Eland. Aber hier ist nirgendwo ein Eland. Wir sind fertig hier. Komplett. Wir haben alles. Äh. Äh. Bestleistung dieser Welt ist nun 100 Noten. Ja, es wird wohl nicht besser werden. Okay, wir haben das. Dieses Level haben wir eine Stunde geschafft. Okay. Uh. Wie Teppel lauft ihr hier herum? Ihr seid so schwach. Und auch noch dumm. Warum ist sie so fies? Oder? Das ist echt nicht cool. Ist nicht cool, Grundhilda. Nicht cool. Oh, es ist sehr verletzlich. Nein. Das tut mir so leid. Es tut mir leid. Oh, stimmt. Ich muss ja mal reinmachen. Der ganze Chat ist längst betrunken. Und das Niveau? Es ist gesunken. Hier hin, I guess. Oh, ja. Oh. Oh, 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 oh. Ohne weitere Noten ist der Durchgang streng verboten. Oh, hallo. Meine faule Schwester schläft oft in einer Mülltonne. Ihr bietet mir die Stirn? Euch fehlt dazu das Hörn. Da ist es nicht nett. Ich will, dass ihr das zurückgelegt. Wenn Pipi nach Salz schmeckt, das weiß ich ja aus sicherer Quelle, schmeckt dann Kacka nach Pfeffer? Oder? Hey, Füße raus, bevor ihr nicht mit Bottles gesprochen habt. An dieser Stelle bekommt man zu viel Damage. Nein, ich will nicht mit dir reden. Geh weg, Brintilda. Bubble Club Swarm! Okay, wir müssen hier durch. Oh Gott.